Ein voller Sportplatz, rund 1700 SchülerInnen sowie Begeisterte aus Werkstätten mit Menschen für Behinderung. Alle haben eines gemeinsam, sie wollen das deutsche Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes machen. Die Kooperation mit dem Landessportbund Berlin und dem Sportzentrum Siemenstadt geht in die nächste Runde. Diesmal als Sportbotschafter mit dabei, der ehemalige Zehnkämpfer und Olympia-Zweiter Frank Busemann, der dreifache Weltmeister im Ring Frank Stäbler und Gerd Schönfelder, Paralympicsieger im Ski-Alpin. Alle drei Sportler freuen sich auf die vielen Kinder. Im Sportzentrum geben sie wertvolle Tipps für die einzelnen Disziplinen des Sportabzeichens und feuern die SchülerInnen bei ihren sportlichen Herausforderungen an. Wenn man hier über den Sportplatz läuft und die strahlenden Gesichter der Kinder sieht, das Miteinander, die ganzen Werte, was der Sport transportiert, ist so, so wichtig in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft und hier ist einfach der Ort dafür, wo es gezeigt wird und gelebt wird. Das deutsche Sportabzeichen ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich dabei an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Aus jeder dieser Gruppen muss eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden. Jedes Jahr geht der DOSB auf Sportabzeichen Tour, damit möglichst viele Kinder und Jugendliche das Tennisabzeichen erbringen können. Ich finde diese Veranstaltung einfach richtig gut, weil man Sport machen kann und ja es ist halt auch mal was anderes als Schule. Mittendrin statt nur dabei lautet das Motto. So kann man zusammen mit Frieda Teufel, dem Direktor des LSB Berlin, das Tischtennisabzeichen machen. Und auch für unsere Botschafter wird es noch mal sportlich, wenn sie gegen die Kids in der Springseil Challenge antreten. Und so wird die deutsche Sportabzeichen Tour für alle zu einem großen Miteinander. Sport ist da einfach wahnsinnig gut geeignet, sich zu integrieren, wieder zu zeigen, dass man selbst wenn man Behinderung hat oder Handicap hat, noch was leisten kann, vielleicht auch besser zu sein als jemand der zwei Arme hat. Im Anschluss gibt es da noch eine Autogrammstunde. Und damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt, laden Mitmachangebote wie das Reaktionsbord und die Wurfwand der Sparkassenfinanzgruppe, der Ernstings Family Familienparcours mit Sackküpfen oder Hula Hoop zu unterhaltsamer Bewegung ein. Die Kids können sich aber auch ausprobieren und somit wertvolle Erfahrungen sammeln. Also ich fand ja der Rollstuhlbasketball ganz cool. Oh ja, der war cool. Dass man sich, dass man auch mal fühlen kann, wie sich Menschen führen mit einer, sagen wir mal, mit einer Behinderung, soll ich jetzt mal? Einer körperlichen Behinderung. Als Erinnerung an den Tourstopp in Berlin können sich die SchülerInnen kostenfreie Fotos von ihren Sportabzeichenprüfungen an einer Fotostation abholen. Und natürlich gibt es nach erfolgreichem Abschluss auch die Urkunde. Also es macht uns heute sehr viel Spaß. Ich finde es an sich eine tolle Veranstaltung. Ich wünschte, dass könnten alle Schulen machen. Mein Tag war heute gut, sehr gut und alles hat mir gefallen. Die Sportabzeichen-Tour zieht noch bis September weiter, ehe sie in Brandenburg an der Havel ihr Finale erlebt. Dann sollen noch ganz viele andere Kinder dasselbe Ziel erreichen, nämlich das deutsche Sportabzeichen.